Sie geben eine Spur von Gemüse. Sie sind dann also ein Vegetarier, oder? Aber nein, ich bin Gemüsehändler. Oma und Emma essen heiße Kartoffeln. Die Oma streicht sich Butter auf die Kartoffeln. Emma streicht, ich will auch Brandsalber auf die Kartoffeln. In der Höhle hausen Fledermäuse. Alle hängen mit dem Kopf nach uns hin. Nur ein Näh nicht, fragt das Fledermauskind seine Mutter. Was macht die in der Mama? Die macht Yoga. Eine Dame kauft einen Trinknapf für ihren Hund ein, fragt die Verkäuferin. Ob sie eine Aufschrift auf den Napf möchten, antwortet die da Frau. Nicht, nicht nötig. Mein Mann trinkt kein Wasser und mein Hund kann nicht lesen. Steht ein Schild an der U-Bahn-Station. Auf der Rolltreppe müssen Hunde getragen werden. Ähm, sagt der Klaus, wo bekomme ich denn so schnell einen Hund her? Sven gibt seinem Vater sein Zeugnis. Zu dumm meint er, dass es das Fachfernsehen noch nicht gibt. Da wäre ich bestimmt sehr gut. Applaus Applaus Applaus